Dieses zum Kauf angebotene 4-Zimmer-Reihen-Endhaus befindet sich in Hilden. 1957 wurde dieses Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über drei Garagenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das Objekt hat eine Wohnfläche von ca. 82 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 238.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017